eigene stärken entdecken kreative potenziale entfalten persönliche bestleistung erbringen und sich einfach in der schule wohlfühlen das ist das was uns an der leonardo da vinci gemeinschaftsschule wichtig ist unsere kleine familiäre schule im herzen von regelsberg ist für unsere schüler sehr gut erreichbar wir sind eine freiwillige ganztagsschule so kann jede familie individuell entscheiden ob ihr kind um 13 uhr 20 um 15 uhr 15 oder um 17 uhr nach hause kommt unsere schule ist eine schule für alle kinder wir bieten den hauptschulabschluss den mittleren bildungsabschluss und das abitur an nach der grundschule starten unsere schüler mit französisch als erster fremdsprache ein englisch sprachkurs ist außerdem ein fester bestandteil in unserem stundenplan in dem die schüler spielerisch an die zweite fremdsprache herangeführt werden ab der siebten klasse arbeiten wir in den hauptfächern in kursen die auf die verschiedenen abschlüsse vorbereiten und die persönlichen fähigkeiten stärken ein wechsel zwischen den kursen ist jederzeit möglich um unsere schüler bestmöglich zu fördern und zu fordern bieten wir einen vielfältigen wahlpflicht bereich an neben englisch als zweiter fremdsprache setzen wir dabei auf kreative angebote aus den bereichen kunst theater handwerk kochen und medien eine gute beziehung zwischen den lehrern und schülern ist uns dabei wichtig in wöchentlichen klassenlehrerstunden erweitern wir soziale kompetenzen und fördern die gemeinschaft klassenfahrten und projekte sind fest in unseren schulalltag integriert wir lehrer arbeiten in jahrgangsteams zusammen und tauschen uns regelmäßig mit unserer schulsozialarbeiterin und externen fachstellen aus ich bin hier an der schule weil die menschen und die lehrer hier generell sehr nett sind und hier ein gutes lernumfeld ist ich bin hier in der schule weil ich hier meine beste freunde gefunden habe neben schulischen lerninhalten ist es uns wichtig die individuellen interessen unser schüler zu fördern und der schuldirektor hat uns sogar beigebracht ein gut zu haben in der grundschule fiel es mir immer schwer zu lernen aber auf der leonardo da ucci gemeinschaftsschule schreibe ich viel bessere